Buongiorno! Ich bin's! Ich bin 25 Jahre alt, ich bin Italiener, ich bin Nata Milano. Ich bin in Milano mit meiner Familie, und ich bin in 19 Jahren in Deutschland, in Adessin. Hier bin ich schon seit... im August sind dann sechs Jahre. Ich bin tatsächlich noch sechs Monate gereist, gewandert. Offiziell war das nur in Erasmus, aber es hat sich verlängert. Und ich habe dann doch hier studiert und arbeitet und bin ganz glücklich hier. Ich liebe viele Dinge. Ich liebe Leute, ich liebe Leute, und ich liebe Leute zu treffen und mit ihnen zu sprechen. Das ist auch warum ich sehr liebte, zu sprechen verschiedene Sprachen. Ich liebe es so sehr, die Sprache, die Sprache, die Sprache zur Mutter. Ich habe auch Spanisch gelernt, als ich klein war, in der Schule. Und als ich hier bin, in der Uni. Ich habe viele Freunde von Costa Rica, und in general, Latinos. Ich liebe überall nackige Herzens. Und du weißt, wenn du mich kennst, schon ein bisschen länger, da die Supergänger, oder so etwas ähnliches. Für mich nackiges Herzens heißt, sincerität, spontaneität. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es auch so. Wenn ich mich gerne auf, wenn ich mich nicht erneutte, wenn ich mich überwinden, wenn ich mich gerne auf die Gebäude anmauke. Ich liebe es, weil sie nicht das Leben auf mich verändern. Es ist so ein schönes Gefühl, zu schauen nach der Natur, und zu sehen, wie schön es ist. Das ist auch, warum ich es schon über die Hände. Es ist für mich, zu jeden Tag, zu sehen, wie schön wir sind, und wie schön wir sind, wie wir sind, Ich liebe viele Dinge, und ich liebe es zu essen. Es ist fast ein Jahr, wenn ich wenigstens die Fleisch, ich liebe es eine ganze Woche, dann kann man sehen, in diesem Profil, viele Rezepte, die vielleicht sind vegane oder vegetarische, oder wie alle, ich liebe es zu essen, ich liebe es zu essen, ich liebe es zu essen. Ich habe es zu lernen, zu essen, und ich liebe es zu essen, mit vielen Rezepten, ich habe es zu kennen, ich habe es zu essen, ich habe es zu essen, mit vielen Rezepten, aber ich werde es zu erzählen, ich werde es zu erzählen. Ich bin nach Deutschland gezogen, habe hier studiert, habe gearbeitet, habe so viele Erfahrungen gesammelt, das hat mein Herz geprägt, hat mich sehr, sehr viel geändert. Ich würde sagen, es hat mich verbessert, aber das konnte ich dann selber beurteilen. Was eine der Sachen, die ich gelernt habe, war auf jeden Fall so, ein dankbares Annehmen, und weniger Giang-Jitsu sein. Zu sehen, dass die Sachen anders sind, und dass es auch schön ist, dass man sie nicht vergleichen muss, dass jeder sein Tempo hat, und sein Leben hat. Und dass es einfach so schön ist. So wie ich bin, und so wie du bist, und so wie das andere ist, und gerade deswegen schön ist. Ich habe zu verstehen, dass es okay ist, dass wir anders sind. Und es ist nicht nur okay, es ist super unglaublich, es ist so schön, es ist so schön. Es ist nicht notwendig, dass es sich mit jemand anderen zu vergleichen. Es ist viel mehr wert, zu verstehen, und verstehen, warum du so schön bist. Das ist auch so, weil ich ehrlich bin, ich weiß nicht, was ich über die nächsten Tage sprechen werde. Und ich weiß nicht, was ich in meinem Profil fahre, was ich hier sehen kann, 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 was ich hier sehen kann. Ich bin mir ganz sicher, dass ich meinen Weg finden werde, und dass es sehr schön ist, aber es wird sich hinbekommen. Ich bin nur hier, um zu lernen, wer ich bin, wo ich bin, und es zu honorieren. Ja, ich denke, das ist mein Ziel. Und, ein bisschen klarer gesagt, was ich mache. Ich habe studiert Design, aber ich mache eigentlich nicht eine klassische Design. Ich mag kaffee-design. Aber der Hauptpunkt ist, dass ich sehr gerne kommunikation mag. Und ich habe eine klassische Design. Ich mag kaffee-design. Aber ich mag kaffee-design. Ich mag kaffee-design. Aber der Hauptpunkt ist, dass ich sehr gerne kommunikation mag. Ich mag Sachen zu übersetzen. Wie du sehen kannst. Es ist immer super. Es ist immer so eine Mischung. Eins zusammen miteinander fließen. Ich mag zum Beispiel, beim Grafik-Design, Corporate Design zu machen, Brand Identity. Ich mag wirklich, dass ich etwas von dir nehmen, deine Verhältnisse, was dich speziell macht, und es in etwas, das visuell ist, etwas, das du siehst, wie 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 du siehst. Das ist der Design-Job. Und ich arbeite hier als Künstlerin. Mein Capcast Musik-Linie. Das ist eine Art, in Dialog zu kommen mit Musiker, Tänzer und Malern. Ganz schnell und ganz schlecht gesagt, ich übersetze die Musik in Zeichen. Das kannst du sehen und vielleicht ein anderes Mal jetzt sehe ich, das ist ein bisschen besser. Durch Musik-Linie habe ich gelernt, meinen Perfezionalismus aufzugeben, was einen großen, riesen, wie heißt das, belastung war. Der Perfezionalismus mi hat ossessionata, dass ich mich blockassi tutta la vita. A un certo punto, grazie al disegno e alla pittura, l'ho abbandonato e mi sono accorta che, anche grazie und das ist eine Fotografie analogische, das muss ich auch sagen. Das ist eine Art, das ist eine Art, die Dinge, die unglaublich sind. Das ist eine Art, die in der Tat, in der Tat, die in der Tat, die in der Tat, nicht ganz richtig verstehen. Ich finde es so schön und so bereichert, dass diese Worte zusammenhängen. Wunder heißt ferita, Wunder heißt miracolo. E queste due parole sono connesse, cioè basta aggiungere una R e dalla ferita arriva un miracolo. Penso che questo descriva molto bene la mia vita e le esperienze che ho fatto e ho avuto la grazia di fare. E quindi queste cose che ho imparato cerco di trasmetterle, do dei workshop, per ora ho in Stato per bambini e lavoro per istituzioni pubbliche come il teatro di Münster, il teatro di Dortmund, la Filarmonica di Dortmund, il Museo di Essenz, sono tutte case pubbliche e culturali per le quali lavoro e do dei workshop per i bambini in modo tale che anche loro facciano questa esperienza e lascino questa ossessione di dover piacere agli altri, ma che incontrino il coraggio che è worth it to be brave and to go your way and that maybe there is no path, maybe there is no way, maybe no one had the same idea like what I'm doing but it's fine because you have all the time all the bricks you need to build the streety window so yes this is what I'm doing now I really like it I'm glad I'm here I'm glad I'm here in Germany in Essen and yes that's my presentazione per oggi per come siamo al penso 13 luglio del 2020 vediamo come si svilupperà e come sarà I'm glad I'm glad that you're here that you're here that you're here and I hope that we'll see you again tschüss 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 tschüss